So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HSZ1 Battle Royale mit Fresh Fries, Nutz, Dich. Wer ist noch dabei? I-Fie und MG. Guten Tag. Ja, Track Royale verstanden. H1Z1 Proyale. Ich komm schon wieder nicht so weit. Ich auch nicht. Da fliegt schon einer an mir vorbei, irgendwie in Richtung Trackdorf. Oh, das Nebel. Ich lande wieder bei meinem Haus. Ja, ich lande hier mitten im Pleasant Valley. Oder? Bin ich schon richtig? Keine Ahnung. Nee. Ich lande auf der Straße zum Trackdorf hier, auf diesen Schotterweg. Ich bin oben bei dem Doppelstöckler, wo nix drin ist. Geil. Ich laufe aber durch zum Trackdorf. Ich bin zum Trackdorf gelandet. Am Trackdorf sind aber schon welche drin gelandet. Wer ist denn beim Doppelstöckler? Ja, ich bin beim Doppelstöckler. Ja, dann komme ich da hin. Okay. Seid ihr jetzt schon im Trackdorf oder was? Ja, ja. Ich noch nicht. Ich gondel hier erst rum. Irgendwie habe ich hier kaum einen Pfeil gesehen. Du hast einen Pfeil gesehen. Ist ja schön für dich. Bist du hier in dem Haus, in dem Einsamen? Nee. I4? Ich bin in dem Doppelstöckler, der immer dort... Wieso ist das Haus vernagelt? Och, Menno. So, ich bin jetzt im Trackdorf, weil ich im ersten Doppelstöckler hier oben. Da bin ich auch in irgendeinem, aber nicht im Trackdorf. Ich bin auch in einem. Hier läuft einer. I4? Das bin ich, das bin ich. Das bin ich, ja, ja. Dann laufe ich mal ganz runter zum Doppelstöckler. Hier war nix. Oben war nix mehr, oder? Hm, Pistolen. Ja, gut. Mann, wie viele Helme sind denn hier, bitte? Tonnen. Also, ich lasse euch die weißen Häuser hier alle... Ja, laufe ich jetzt mal rein. Ich laufe straight zu dem letzten Doppelstöckler oben rechts, der dann auf Weg zur Kirche ist. Okay, okay. Eif, ihr sagt gerade, ich nehme das letzte Doppelstöckler oben rechts. Nö, nö, ich nehme es unten. Ich nehme das unten. Ja, das meinte er, das meinte er. Ne, hab ne A, ja. Und Bayer meinte das, was schon beim Feld steht. Genau, da komme ich jetzt hin. Ach, das war es beim Feld schon. No, dass man nie aus den Gärten hier rauskommt. Wenn man den... Was ist denn los mit den Shotguns, ne? Hast du auch so viele? Oh, hier fährt ein Auto. Gibt's nicht, ne? Und deine AR. Ich höre ein Auto. Ich habe jetzt eine AR. Ich komme Richtung Dreckdorf. Ja. Das ist nur Crap. Hä? Ich brauche einen Rucksack. Rucksack. Rucksäcke sind hier noch viele, 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 viele. Ich habe einen. Rucksäcke sind Mangelware. Helm brauche ich auch noch. Ich weiß noch nicht, wo das Mangelware sind. Ich laufe mal zur Tankstelle raus. 75 Leute noch. In der Anfangsphase sind kaum welche draufgegangen. Ich hoffe, ich laufe Richtung... Ah, ja, da ist Dreckdorf. Ich sehe keinen Pfeil von euch. Ach, jetzt sind doch alle mehr oder weniger... Kommt jetzt herunter. War schon jemand in dem Doppelstöckler hier oben? Ja. War schon, ja. In irgendeinem bin ich gerade noch drin. MG, komm mal hier hinten zum Weißen Haus her. Ja, bin unterwegs. Hier liegt eine Schrotze mit Munition drin. Ui, das hört sich gut an. Noch eine Shotgun. Und eine Pistole mit Munition. Eine Pistole habe ich schon. AR habe ich auch. AR habe ich auch, ja. Ah, cool. Schrotze. Ich habe jetzt eine Schrotze. So, dann werfe ich die hier weg. Zwei Schrotzen, eine 36 Monat zusätzlich. Hier liegt noch mal eine AR. Da war eine gelegen. Die habe ich mir jetzt noch mal gekrallt. Ja, ich brauche noch einen Helm, ganz dringend. Hättest du was gesagt? Ich hätte ja zu so einem Saugrause viele mitnehmen können. Laminated Body Armor hatte ich auch schon lange nicht mehr. Was seid ihr? Hatte ich in der ersten Runde. Ich bin gerade im Weißen Haus jetzt Richtung Kirche. Also bei der Tanke ist kein Auto. Ja, dann gehe ich Richtung Kirche direkt. Also ich komme auch mit zur Kirche. Ja, bin ich auch dabei. Ach, da unten. Ich komme gleich. Ich habe hier gerade noch eine Schrotze gefunden. Erscheinen reicht, Natze. Erscheinen reicht. Oh, da sterben gerade auch vor. Ne, 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 ne. Ui, 63 nur noch. Das ging echt schnell jetzt. Ja, auf einmal so fünf, sechs Stück gestorben. Ja, ein Team ausgerottet worden. Ja, das sind die in der Stadt jetzt. Present Valley, Cranberry. Wer läuft denn da vor mir? 59, 58. Ganz vorne bin ich. Darf ich schießen? Ach, ich glaube in der Zweitschirche. Ach, schade. Ich komme jetzt auch Richtung Kirche. Vorhin lag am Campfire, also an dem Feuer vor der Kirche, lag eine AR. Könnte mal gucken, ob da noch eine liegt hat. Wieder so scheiße Nähe liegt. Es ist aber eigentlich gut. Bin ich nicht. 50 Prozent gut, 50 nicht. Der Polizeiauto ist nicht hier bei der Kirche. Laufen wir zur Tanke hier oben hoch. Guck, ob da ein Auto ist. Bayer schafft es schon wieder nicht über den Zaun. Hier ist, glaube ich, nichts dieses Mal. Ich auch nicht. Ah, ne, da ist nichts. Doch. Kein Auto? Bogen und alles. Ja, Bogen sind nur wurscht. Kein Auto hier, okay. Auto weiß ich nicht, hab ich noch nicht geschaut. Ne, ist kein Star. Wart ihr schon in der Kirche drin? Ne. Ich geh rein. Haben wir jetzt gar kein Auto. Ja, Auto weiter unten gibt's noch welche. Hier sind Helme im Übrigen. Ja, ich hab schon einen. Ja, ich geh weiter. Hier ist noch ne Schrotze. Also sofern hier noch keiner war, ist da vorne gleich eins. Ja, an der Straße, gell? Ja. Eifigo hast du auch kein Auto gefunden? Noch ne Schrotze. Doch, ja, da hinten ist eins. Weg ab. Hab ein Auto. Gut. Noch ein First Aid Kit. Hab noch ein Backpack mitgenommen. Backpack. Rucksack. Ja. Ich schau mal oben bei den Dingern, äh, bei den Wohnwägen noch. Alter, ich hab 42 Magnum Schuss. Äh, Magnum Schuss. 36 Shotgunschuss. Ich hab nur 12 Shotgun. Ich hab auch 36 Shotgun. 19, äh, 60. Ich hab jetzt 120 Schuss für die, für die 9 Millimeter. So, wo ist denn das Auto? Na, ich hol's gerade. Nach Süden. Nach Süden. Also ich bin jetzt hier oben. Wo ist denn eigentlich unser Safe Sound? Das weiß ich gar nicht. Ah, nicht in die 8. Boah, ist das der Kammerarsch. Ja, geil. Sie ist ja zum Kotzen. Was? Die Safe Sound. Ja, und wir rennen auch noch Richtung Süden. Ja, ich hab nur eben das Auto geholt. Wir kommen gleich dann fahren. Hast du das Auto? Ja, schon mal gesichert, weil ich hier noch kurz im Wohnwagen gucken wollte. Ja, ich hab oben im Wohnwagen zerlegt, da war aber nicht wirklich was drin. Du sollst ja auch nicht zerlegen, du sollst nur reingucken. Ich hab zerlegt. Oh, da ist einer zu Tode gebrannt. Oh, cool. Wollte ich auch schon mal. So, ich überfahre jetzt hier ein, wer essen ist. Bin ich. Oh, ein Bayer ist nicht schade. Wut? Darum müsst ihr nicht mal gucken, da war Bayer gerade. Der kommt hier direkt runterkommen. Auto! Draufschießen! Voll Gas. Ja, wir sitzen eh wieder hinten auf der Ladestrecke. Wo ist Eif hier eigentlich? Ihr? Hä? Wo kamst denn du jetzt her? Ich hab dich die ganze Zeit nicht gesehen. Der war die ganze Zeit hinter euch. Ja. Aber da seht ihr, wie oft ihr nach hinten schaut, gell? Wo fahren wir hin? Geheime Base, oder? Ah, ja. Das Eif hier kein Helm trägt, das wundert mich. Oh ja, ich habe einen. Aber das sieht man nicht durch die Kaputzeiten. Ach so. Er hat eine Panzerhudi. Ja. Eine Stahlhudi. Ja, gute alte Stahlhudi. Ja. Oh, Schrotze. Ja. 44 Leute nur noch. Erst beschweren wir uns, dass eigentlich kaum was vorangeht und auf einmal sind es nur noch 44. Da heißt er jetzt Safe Store unbedingt, ne? Nur noch Piesent Valley, nur noch Helm drin auch und nicht mehr so wirklich. Ja, aber die Hochhäuser sind drin normal. Ja, ja, die Hochhäuser sind drin. Sag mal, schiebst du die Karre? Ja, ja. Ich mach ganz glücklich. Wir haben Zeit. Joa. Das hast du irgendwie das Gefühl, als würde das schieben. Könnt ihr euch dafür wetten, dass sie unten in Lone Pine noch welche sind? Ja. Kann sein, ne? Hm, unwahrscheinlich. Ja gut, könnte aber sein. Wenn die ein Auto haben, schiebst du dem dann doch immer genug rum? Dann könnten die da noch looten in Lone Pine. Guck mal halt mal runter. Vielleicht sehen wir was bewegen. Zu dritt guck mal runter. Wir gucken nicht runter. Nein, aber zu dritt guck mal runter. Bei den Villen kommen wir vorbei, gell? Können wir schauen, die Autos noch mitnehmen, die da rumstehen, oder? Ja, mal schauen, wo wir überall vorbeikommen noch. Putz. Erst mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Wie willst du fahren überhaupt? Baba's Truckstopp nach Pleasant Valley oder oben rum? Nein, nein. Kein Schitter. Oben rum. Baustelle und dann mal gucken. Ja. Weil vielleicht den Baustellen noch Autos und dann... Weiniger. Wird zumindest eine schöne... Ist zumindest wieder eine schöne Runde. Joa. Zumindest nicht die Leute ohne Autos. Ja. Ich will hier das Finale haben. Genau hier an der Kreuzung. Das war cool. Das kann man sich leider nicht aussuchen. Ja, an der Baustelle habe ich auch schon mal gewonnen. Was steht denn an dem Auto? Ja, wird aber gelootet sein, wenn es da dann so steht. Das ist immer ein bisschen blöd, rückwärts zu fahren. Wir fahren vorwärts. Ja, aber... Ich habe auch im Gegensatz gesetzt die Rücher. Ich finde das so aber geiler, weil du so auch nach hinten schießen kannst. Das einzigste Auto... Da ist ein Auto links. Hä, wo? Hier links auf der Pampa stand eins mittendrin. Hä? Eins höher. Nö. Eins höher. Das ist ein Stein. Ja, nein. Fahr nochmal hoch hier. Aber das ist kein Autos, Mann, da oben. Hier rechts. Jetzt rechts. Hier steht eins. Das steht wirklich. Ah, ja. Ja, da stand doch schon mal eins. Steigen wir um, ne? Alles mitnehmen. Zack, zack. Warum nimmst du jetzt alles mit? Wenn man mit zwei fahren. Na, Quatsch. Wir fahren mit eins jetzt. Was ist denn hier? Ja, jetzt drückt doch mal. Ja, habt ihr. Ja, geht doch. Na, sie sitzt doch in allergarten. Oh, sag doch was. Warst du abgelenkt, oder wie? Ich dachte, ihr holt nur den Sprit da raus. Achso. Wart nicht mal Sprit rennen. Mag das eigentlich gar nicht, da hinten auf der Ladefläche zu sitzen. Da stirbst du immer, ne? Ja. Da stirbst du schnell. Am liebsten mag bei es, ob ich hinten auf Quads, oder? Ja, da stirbst du noch schneller. Da fahr ich nie wieder mit. Auf dem Quads hinten. Geh ich lieber zu Fuß. Unsere 5 Minuten Folge von dir. Boah, alle schön die Augen offen halten. Hm. Ich schau nach rechts. Ich nach links. Und Natze guckt am Boden. Ne, ich guck überall hin. In jede Richtung. Aber du der Einzige bist, der in alle Richtungen schießen kann. Außer nach vorne. Oh, ja klar. Die anderen können auch in jede Richtung schießen. Bloß die treffen dann wahrscheinlich einen von uns. Ja, aber das hat Pech. Das Kollateralschaden nennt man das. Da ist ein Häuschen. Ein Häuschen im Grün. Ja. Das ist das Häuschen am See. Und ein Quad davor. Echt? Stand eines davor? Hat sie ausgeschaut, ja. Irgendwas kleines stand davor. Ja, aber wegen dem müssen wir nicht umdrehen. Nö, nö. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, wir wollen ja zur geheimen Base. Kommen wir da noch hin? Ja, ja. Ist ja safe, die geheime Base. Ach so. Ach, die geheime Base. Ich verwechsel's immer mit der Villa. Ja. Amphibienfahrzeug. Ja, Gott, die Karre ist langsam. Da bist du ganz schneller. Auf jeden Fall. Zu Fuß ist man echt schneller durchs, weißt du. Interessanterweise. Was fährst du denn für eine Dreckskarre? Pickup. Hm. Sieht nach Ford aus, würde ich so spontan sagen. Ja, ich sag's, so ein Kübel ist das schon ohne Leistung. Wat? Du fährst einen Schokoriegel. Und wieder durchs Wasser. Zwei sind verbrannt, Karne. Ciao. Ich wollte, ich wollte, dass... Du bist genauso langsam wie das Auto. Ja. Und Vollgas nah. Wollte ich nur ausprobiert haben. Dann haben wir... Genauso schnell ungefähr. Ja, wenn's ein Sprint ist, bist du genauso schnell. Wenn du dann noch bessere Schuhe an hast, vielleicht sogar schneller. Wir sind hier eigentlich in der Safe Zone an der Stelle. Ja, aber... Hier am Rande. Hier ist es halt komplett offen, ne? Wir fahren zur geheimen Base. Ach, wäre doch auch mal lustig, komplett offen rumzustehen. Ach, da links ist das Base. Ich glaub, wir können eh nicht lang an der geheimen Base bleiben, aber... Ne. Wenn man das erstmal... Aber wir kommen grad so an und können dann gleich wieder verpissen. Ne, so schnell auch nicht, weil wir haben ja drei Minuten dann noch, bis das neue Gas kommt. Und dann... Nochmal paar Sekunden, bis das... Ja, wir wollen ja in der Base auch nicht Party machen, Junge. Also, ich hab da schon Lagerfeuer gedauert. Du vielleicht. Im Battle Royale. Ja. Und wenn wir da ne Machete oder irgendwas finden, können wir wieder eins machen. Ja. Alle, wie, sogar ja direkt. Ah, Loot, Loot, Loot. Loot, 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 Loot. Er ist 2 auf dem Shotgun-Mod. AR liegt hier. Hat einer? Braucht einer AR? Nö. AR Muni zum... Okay, ich hab ne 120 Schuss, das reicht. Wenn jemand anders, der noch nur 60 Schuss hat, der kann AR mitnehmen. Ich hab eigentlich dafür gefragt, dass, ne, falls einer keiner hat. Also, ich hab 2 auf. Da hab ich Bayer die Mund geklaut. Siehst du, Frage beantwortet. Liegt hier irgendwo in der Machete oder so, das ist viel wichtiger. Nö, also ich seh ja keine. Vielleicht am Feuer unsichtbar. Handgranaten lass dir überlegen. Ach, wieso denn? Wieso ein bisschen Schrotzer? Aber Ohne Mun, die hab ich schon genommen. Wo ist der? Der ist Oberabfangen und so. Normale Bleispritze. Pumpe, Ohne Mun. Ja, die Mun hab ich mitgenommen. Oder ich, je nachdem, wo du bist. Hinten auf dem Werkzeugkasten lag auch noch einer. Ach ja, dann hast du die. Crafting. Craf-Max. Fertig. Ja, ich sitz wieder am Auto. Au! Ey, ich hab jetzt 9 Leben verloren. Ohu! Ich wollte dich halt mit dem Fernglas totschlagen. Sag mal, wenn er verbunden ist. Gab's schon. Die Meldung. Warte, ich muss mich mal heilen. Die Meldung gab's schon. Erschlagen mit dem Fernglas. Boom! Burned, äh, fell to death. Okay. Ja. No! Mal was Neues, öfter mal. Auf der Mauer, auf der Lauer. Bist du gar nirgendswo? Doch, westlich ein Stück. Wann du mal guckst, wir sind E2 und wir müssen... Wir sind F2. Ja, jetzt gerade. Angekommen. Und E2 müssen wir. Wir können zur Pfeilbase. Pfeilbase, ja. Dann können wir Alex endlich mal ins Gefängnis stecken. Halt die Klappe. Für den Pfeil? Aber westen, ja. What? Oh, ich brauch wieder ne AK. Ich brauch Action. Oh, ne AK. Ich brauch Action. Ich brauch Action mit der AK. Ich brauch mal gegen den Baum, dann hat er Action. Das seh ich ja nicht mal. Ja, ja eben. Du bist ja auch nicht gefasst drauf. Also das hier, das schaut aus wie ein Krater. Ja, hier ist mal ne Bombe eingeschlagen. Ja, schaut so aus. Ach, ein Krieg. E2. Hier kamen die Bomben von Fallout. Ja, wahrscheinlich. Ja, die haben ne Kooperation. Da vorne ist Sanctuary. Genau, Diamond City, Boston. Oder was übrig ist davon. Nicht mehr viel. Nee, viel ist nicht mehr übrig von Boston. Nee, 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 nee. Aber der Flughafen ist cool. Krieg ich mal da gutes Loot und so? Ja, da hast du echt zwei, drei Stellen, wo es richtig geiles Loot gibt. Ja. Okay. Ich brauch ja Fusionskerne. Das brauch ich immer. Fusionskerne hab ich, glaub ich, mittlerweile eh schon gehabt. Ah, Fusionskerne kriegst, kannst du eh überall wo kaufen und so weiter. Links auf dem Bergbrett'n Auto. Ach, auf dem Berg da drüben. Ja. Ja, das passt. Das lassen wir heute. Ich dachte jetzt direkt links von uns. Nee, nee. Dann wär ich kurz mal vorbeigeschiffen. Ganz weit entfernt. Bisschen gewunken und so, weißt du? Bisschen Werbung gemacht. Ich find die Karre zum Kotzen. Die ist auch zum Kotzen. Die Karre? Ja. Warum? Weil ich die zum Kotzen find. Ich hätt gern so'n Knopf, weißt du, wie's bei ARC, wo du kacken kannst, hier zum Reiern oder so. Ja. So'n Knopf zum Reiern. Da hätt ich, äh, da hätt ich die Ladefläche jetzt schon voll gebrochen. Genau, voll bis oben hin. Ja. Äh, wo kommt das Flugzeug? Der Schatten war bei uns, aber das ist ein bisschen südlicher. Jetzt könnt ihr's sehen. Ja, da ist vollkommen wieder nicht mehr. Ja, hinter uns runter. Und auf Höhe Zims oder sowas circa kommt der Airdrop. Ja, ungefähr so. Oh, Schüsse. Rechts. Aus Osten. Ja. Aber die waren nicht mehr so weit weg. Wir sind safe on the fireplace. Ja, wir sind ja safe hier hinten sogar. Hier war schon jemand, der Wohnwagen ist offen. Ja. Ja. Und da hier Schüsse sind, äh... Ohren offen halten. Das fährt ja auch noch in Richtung der Schüsse. Natürlich. Ah, das ist Action. Das Auto fährt einfach weiter. Habt ihr das gesehen? Ja, noch mehr Shotgun-Moon, ja, ich hab noch nicht genug. Ja, gib mir doch noch ein paar Schuss. Nee, du hast genug. Ich hab erst 60 Schuss. Was? 60? Ich hab halt... Guck mal, ich kann zaubern. Eifi kennt das schon. Kommt mal hier zum Gefängnis. Ja, ja, du kannst... Da ist schon wieder eine Horngranate. Was kann ich dann, Eifi? Bayern. Ja, rutschen. Nee, was ist cool. Du zu fahren. Ach so, das gefängt ein bisschen. Ja, ja. Ich kann einfach durch die Gitter gehen. Geil. Ja, mit dem Sheet her. Ja, Sheet reported. Ciao. Du kannst ja durch jedes Gitter gehen. Oh, oh, was war das? Ich bin im Auto eingestiegen. Ach so. Nein! Das hitz ich schon wieder hin. Eifi hängt da immer noch. Was machst du da, Eifi? Ah, rauflaufen. Komm, wir können nicht auf ihn warten. Wir müssen los. Ja, wir müssen los. Okay. Wo wollt ihr hin? Ja, kommt von hinten. Keine Ahnung, wohin. Da, wo schon Wetter ist. Lass mal da vorne noch looten. Aber das da vorne mit dem Ding. Da ist schon gelotet, der Wolfgang. Das ist doch seit dem letzten Mal erst, oder? So lange ist doch das... Das Ding hier? Das mit den Türmen. Das gab Schrecken. Ja, so, das seit den Türmen, das mit den Türmen gibt es seit Military Base Update, Anfang August, glaube ich. Das ist auch schon wieder eine hübsche Zeit her. Boah, ich werde seekrank hier hinten. Wieso kann man da eigentlich nicht durch den Tunnel gehen? Weil da die Mapschluss ist. Ja, aber das ist ja nicht verstärkt. Stell dir vor, die haben wahrscheinlich schon längst die neue Map fertig und du musst einfach nur da durchgehen. So, 9-3-4-mäßig. Wo fährst du jetzt hin? D1, wir sind vor allem Gas, gell, Junge? Wir sind nicht am Gas. Nee. Wir sind auf D1. Ja? Ja. Das passt. D1 ist zur Hälfte. D1 ist fast ganz safe. So zwei Drittel. Ja, der will halt wieder überdramatisieren. Jetzt sind wir auch in C1. Hüfte? 10 Sekunden kommt Gas. Bayer ist der Einzige, der im Auto sitzen bleibt. Ja, du musst ja cool bleiben, weißt du. Und wo kamen denn jetzt die Schüsse? Oh, Fä. Sind wir da gerade an irgendeinem vorbeigefahren oder was? Könnte ja gut möglich sein. Da ist Bayer auch rausgefahren. Oh, was war das? Ich bin runtergeflogen vom Auto. Hast du deinen Arsch schon wieder wackeln lassen? Naja. Musst du Bayer eine Schau bieten. Ach so. Hat er wieder gut gezahlt oder wie? Hallo, bleib mal stehen. Du verbrauchst nur den Sprit, Bayer. Mach das Auto aus. Nimm dir ein Beispiel. Geh zu Fuß. Guck mal, MG, der traut sich schon wieder so weit vor. Komm ganz rein. Ja, MG holt den AirDrop, den es nicht gibt. Hm, das war von irgendwo... Vorne, rechts, oder? Nein, irgendwo süd-östlich. Neues Safe. Da hinten ist einer. Wo? Wo ist hinten? Er meinte euch. Ja, weil er guckt über den Berg rüber, meint sie den Fall. Jetzt sieht man den Fall. Jetzt ein Fall taucht. Da braucht es so lange, bis er auftaucht. Wo müssen wir hin? Wir müssen übrigens ein Stück südlich. Auf D2, dann sind wir fast safe. Ja. Wieder zurück zur Straße, oder? Dann müssen wir. Ja, ja, in die Richtung. Gute Bremsen hat das Teil. Ja. An so einem Berg muss das Ding erstmal stehen bleiben. Aber das ist Autohandbremse, weißt du schon. Das ist hochmodern. Automatische Handbremse. Ach so. Da wird der Anker geworfen. Ja. Ehe nur noch 21 Leute. Na, wird es halt das AMG wieder sterben. Das hat auch sicherlich eine Berganfahrhilfe für das Ding. Na, muss ja fast. Ja. Oder ein Getriebe mit 20 Gängen. Ja. So wie ein Unimoku oder so. Ja, das ist Automatik. Automatik. Eingang Automatik ist das. Ja, das ist amerikanisch. Muss automatisch sein. Gibt ja auch eine 20 Gang Automatik. Gibt sogar noch mehr, glaube ich, bei den Traktoren. Ja, keine Ahnung. Das krasseste, was ich gehört habe, waren halt 20 Gänge oder so. E2 sind wir schon. Wo wollen wir hin? Links hier. Ich fahre nicht auch 12 Gänge. E2 und guck auch mal, was da so los ist. Was fäh... Mit was fährst du 12 Gänge? E2, E2 und auch noch die 1er Linie. Achso, ja. Echt? So hoch wird es, ne? Oder wir bleiben da. Du musst ja sagen, die brauchst du ja so fein untersetzt, dass du überhaupt wegkommst mit sehr viel Last. Oder? Hier ist E2. Hier ist ja eh Automatik. Achso. Na, geil. Dann tust du ja eh nichts außer Lenken und Gas geben. Vielleicht eh um Bremsen. Ja, hier bleib. Ja, Bremsen ist eher selten, dass ein L-Fahrer tut. Hier, genau hier. Haha, das glaubst du. Ich hätte zumindest noch keinen erlebt, der gebremst hätte. Irgendwo höre ich ein langsames, ein Erdorf. Ja. Ist irgendwo vor uns. Im Auge behalten, wo der kommt. Oder vor mir. Nein, wo Osten, die Rechnung, Südosten. Ja, Südosten hinter der Sonne kommt er. Weit genug weg, weit genug weg, alles gut. Ob ich merke es hier ist. Aber wir haben wieder einen richtig schönen Blick nach unten, gell? Da ist halt die Frage, wo kommt der Airdrop runter? Ach, da runter. Mitten auf der... Nein, da ging es jetzt ab. Drei zu Tode gefallen. Ach. Hintereinander. Wie bitter ist das? Sind vom Berg runtergekommen. Haben die sich gegenseitig vom Dach geschubst oder was? Aber ich denke, berg runter. Vielleicht alle denselben Weg gelaufen. Vorsichtig, kommen euch ins Bild. Oder mit dem Auto gefahren oder so. Ja, Lemminge. Lemminge. Aber drei Stück hintereinander, das ist bitter für die ganze Team. Ja, sei doch wie Lemminge. Klack, klack, klack. Und der vierte ist gelieft gerade, der sechzehnte. Ja, der wollte sich die Schmach nicht geben. Ach, da drüben ist der Base. Süd-Südosten. Hörst du jetzt auf? Käskopf. Was? Sehe ich aus wie ein Holländer oder was? Ich stecke dir gleich die Pumpe in den Arsch. Oh, den Schuss habe ich gehört, den den umgebracht hat. Ja, ich auch so ein bisschen. Aber der war weit weg. Ja, aber wo war der? So südwestlich, würde ich mal sagen. Ja, so um den Dreh. Der ist irgendwo in dem Wald krepiert. Oder hinterm Wald, keine Ahnung. Na? Crash. Kannst gleich mal Mavi schreiben. Er hat mir gerade kommentiert, dass er zuerst bei mir heute schaut. Wer? Mavi? Mavi. Ja. Eiskal. Oh, nächstes Jahr sind Sie. Oh. Geil. Weil ich. E2, E3, genau auf der Straße. Wir müssen uns Richtung Süden orientieren, ne? Ja. Müssen wir los? Wir müssen nach Süden, ja. Ah, okay. Ab ins Auto? Im Auto noch, wirklich? Ja, warum nicht? Ja, was? Oh, es sind ja nur noch drei Teams. Ja, vielleicht, ne? Vielleicht auch mehr Einzelspiele. Vorhin hatten wir 12 und waren 6 da. Ja. Oder 5 da oder so. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das sind diesmal nur noch drei Teams. Unser Team und noch zwei andere 5er. Glaube ich nicht. Das ist das vollständige Teams nicht sind. Also irgendwo da unten soll es schon safe sein. Sobald wir die Straße... Oh, der Bomber! Oh nein, halt an! Alles gut. Du hast schon voll dein Herz, Kasper, hier. Alles easy. Steht da oben wo einer auf dem Berg? Alles easy, sagt dieses Satz nicht. Alles easy. Ne, ne, war nur die Spitze vom Baum. Aber hier ist eigentlich auch schon safe. Hier ist auch schon safe. Ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir einen Safe-Punkt finden. Ja, beim Berg. Ja, wir fahren südlich von der Straße. Wow, da raucht ein Auto. Raucht ein Auto, ja. Da ist in das Waldstück hier dahinter reingefallen. Nordwestlich, genau. Hier ist irgendwie schauen, dass wir ein Waldstück kriegen oder was. Der Airdrop ist rechts. Ja. Dann geh mal links an die Bäume. Da oben auf dem Berg wieder welche? Bestimmt. Da schießt jemand? Ja, die Schüsse kommen vom Airdrop. Ja. Geht aber keiner drauf. Jetzt. Ah. Hier ist jemand auf dem Berg. Also wir. Ja, ist ja schön. Wir sind ja ausgestiegen, auch MG. Ja. Alle, Bayer auch. Ach, weiß was scheiße ist? Das Nebel ist. Ja, dass wir jetzt mittendrin sitzen, gell? Mittendrin stecken wir dabei, ne? Ja, das ist ja wurscht. Wichtig sind auch die Trailer da unten, da sind sicher welche. Nun sind noch Häuser. Ich bleibe auf jeden Fall. Oh, da war eine Explosion. Sniper. Okay. Scheiße ist, wenn du liegst, kannst du nicht nach unten zielen hier. Ne. Ne, also ich laufe auch herum, weil sollte jemand das da ferne zielen, dann... Ja, weil hinter uns eben auch noch Häuser sind überall. Ich sehe bis auf Sims. Ja, aber die sind alle beim AirDrop. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto vom AirDrop. Ne, fährt links rüber. West, Nord, West. Die fahren zu Sims. Ne, die bleiben da stehen. Vielleicht haben die ne Sniper. Ja, die haben ne Sniper. Ne, jetzt haben sie keine Sniper mehr. Jetzt holt sich der Jolly Joker die Sniper. So schießt denn du? Das bringt gar nix M.G. Auf die Distanz. Sehen Sie noch? Ich hätte gelacht, wenn der jetzt gestandete M.G. 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 Ja, ja. Ja, ja. Also ich schaue Richtung Trailer. Ach, du schaust denn die Trailer runter? Unten ist doch noch offen. Das Auto steht komplett offen. Nordwestlich. Neun sinds noch. Crashbuck hat jetzt zwei hintereinander geholt. Nice, ja. Rifle ist halt kacke, gell? Wir sind in der Mehrzahl schon. Der Kukumba, der hatte die Rifle, aber der wollte von diesem Jolly Roger. Ja, ja. Aber der hat jetzt die Rifle auf jeden Fall. Acht Leute nur noch. Ich weiß nicht, ob der gelootet wurde. Drei Gegner nur noch. Zwei. Zwei Gegner. Und Crashbuckler ist tot, der vorher so viele geholt hat. Die Position hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt alles im Blick. Mit zwei Gegner. Ja, aber das Problem ist, einer von denen, die da unten waren, die hat einen Sniper Rifle. Also hat einer einen Sniper. Deswegen immer in Bewegung bleiben. Ja, immer. Also nicht stillstehen auf jeden Fall. Ich bleib einfach hinterm Auto. Ja, bei mir. Mich kann sowieso keiner erwischen auf der Rückseite vom Berg. Ja, dann kommen die von hinten. Ja, okay, aber ich hab Pech. Also ich hab die Trailer noch immer hier gelegt. Okay, wir müssen über die Straße, über die Straße zum Auto, zum Auto, zum Auto. Ja. Auto, go, go, go. Über die Straße und dann wieder in Bewegung bleiben einfach. Die müssen zu uns kommen und das ist auf jeden Fall unser Vorteil, wenn wir schnell drüben sind. Bisschen beim AirDrop. Ja, wenn wir doch rüberkommen, mit dem Auto. Easy. Was ist denn los bei euch? Die fahren auch mit dem Auto? Habs grad springen gesehen. Versucht ihr immer eine Ecke, wo wir uns verstecken können? Ja. Da kannst du nicht viel verstecken, ich würd hier bleiben. Ich seh das Auto nicht mehr, ich hab's nur kurz hüpfen sehen. Quer durchs Bild. Irgendwo, wo wir uns halbwegs verstecken können. Ey, hier ist schon zu weit. Ja, das ist zu weit, Fresh, oder? Hier ist zu weit, ich würd weiter runterfahren. Warum ist es zu weit? Das ist bis zum Rand, oben. Teilweise, wo man ist. Ach so. Ja, stimmt, beim Rand, ja. Ach so, stehen wir eigentlich wahnsinnig offen. Naja, viele andere Sachen gibt's hier dann eigentlich auch nimmer. Nur die Bäume da unten. Na, aber die sind, glaub ich, nicht safe. Wenn du mal so auf der Map guckst. Ah, da kommt's Gas. Ich werde mal zu dem Stein drüber laufen. Der fährt hinten zum Berg hoch. Zu unserem Berg, wo wir vorher waren? Ja. Warte, ich lauf zu einem Stein in den Osten. Ist jetzt gleich oben auf dem Berg drauf. Ist jetzt auf dem Berg. Auf dem Berg. Fährt hinten auf der anderen Seite wieder runter. Wo drüben, oder was? Auf der anderen Seite? Ja, auf dem Berg, wo wir vorher waren. Ich bin links von euch. Vielleicht kann ich den dann holen. Das sieht alles... Ach so. Also wenn sie dann zu uns kommen. Wo kommt ein Airdrop? Das Auto steht auf dem Berg. Ja, noch jedenfalls. Oh, oh, der Airdrop kommt sehr ungünstig. Wo kommt denn der? Direkt hier von meiner Schnauze runter. Ja, hier müsst ihr ein bisschen im Norden sein und dann geht das. Ich weck mich dir, der hat die Rifle. Ja, hat der auch. Aber das nächste Problem ist, wenn der Airdrop hier so dicht kommt, dann kommt der Bomber hier auch gleich rüber. Wer hat geschossen? Ich. MG. Ach Gott, der Airdrop kommt... Ja, aber ich hab das Auto getroffen, weil jetzt rühren wir sich. Ja, vielleicht hat er auch nur die Schlüssel gehört und dachte, okay, die Richtung muss ich. Wo ist denn das Auto hin? Die kommen, die kommen über die Straße. Ich seh's. Ach da, ja. Macht euch bereit. Ja. Einer schießt schon drauf von uns. Ich. Ist nur einer drin im Auto. Weil der andere ist mit der Rifle irgendwo noch unterwegs. Er hat nur geguckt, wo wir sind. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Sauber. Ich loot ihn aber nicht, ich loot ihn noch nicht. Nein, das ist zu gefährlich. Lass einfach. Der andere wird wohl mit der, mit der Rifle irgendwo anders sitzen. Ich guck mal, ob ich ihn seh, irgendwo. Wo ist denn der Airdrop jetzt? Ach, da vorne. Da vorne ist er. Lass mich mal an den Airdrop rangehen. Gut, Gas zieht sich zusammen. Wo zieht sich's zusammen? Oben, 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 bei uns. Ich will mir mal gucken, ob da ein Skindole ist. Ja, ne AK, die nehm ich. Na, nehm die AK. Der hat die Sniper Rifle. Mag niemand? Nice, nice. Geil. Ne, behalte Rolf. Wo ist dich aus damit? Ich glaub, dass der andere im Gas verreckt. Ich gehe grad durch die... Wow, die neue Safe Zone. Ja, bei uns oben. Die ist ideal, die ist ideal. Ich glaub, der andere wird im Gas verrecken. Ah, da ist... Da oben ist schon Toxic Gas, also... Das siehst du nicht mal. Also hier am Auto ist optimal. Wahnsinn. Siehst du nicht? Ich dachte, da ist ein Skin drin, in diesen... Nein, nein. Nicht mehr. Der ist bestimmt im Haus. Ne, das Haus ist doch nicht... Oh, das ist so gerade noch drin. Das ist noch. Gerade noch, ja. Wer rennt denn da unten quer? Ich bin das, ich bin das. Ich, ach so. Ach ja, der Pfeil, jetzt ist er da. Der muss doch hier irgendwo stehen. Warst du beim Airtop, Alex? Ja. War nur AR und Schuss. Ich hab ja auf jeden Fall die Sniper, also von da. Das kann doch nicht sein, wo versteckt sich der... mehr als Haus oder die Büsche da unten, kann nicht sein. Ich hab alle Büsche hier schon... Ne, da unten rechts, äh, südwestlich. Ich weiß nicht, was der hat. Ist der südwestlich? Ja, südwestlich ist noch Busch. Da ist er, südwestlich, ja. Er rennt da. Nackt. Wo denn da? Bei, bei so einem Busch. Ah, ich hab ihn gesehen, ja. Den müssen wir jetzt holen. Ich bin da fast, ich seh ihn nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Rennt ihr auf die Bäume zu, oder was? Ach, da hinten. West-Nordwestlich von uns. In den Büschen da. Ah, nicht schießen, nicht schießen. Nicht Aufmerksamkeit. Wir müssen näher ran. Er ist ins Gas gelaufen. Dreh die jetzt. Bamm. Nice Ball. Sauber. Wixer. Da haben aber alle gut drauf gehalten. Sauber, Bayer. Alle fünf überlegt. Hey, Respekt. So ne geile Runde hat man bis jetzt noch gar nicht. Der hatte auch noch ne Sniper, oder? Schauen wir mal, was der noch hatte. Crossball? Ne, ne Sniper war nicht dabei. Aber der hatte, ähm, ordentlich Moon auf jeden Fall. Ich verliere noch HP gerade. Ja, das ist doch scheissegeil. Jetzt ist... Ending Winner, Sniper. Jetzt sollten wir nichts mehr verlieren. Ja. Und jetzt radikalieren wir. Alle draus. Einmal wieder und dann. Alle am Moon, was wir haben, raushauen. Oh, ich bin überlebt. Oh, tot. Gut gemacht. Ja, wenn's euch gefallen hat, schaut doch bei den anderen vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.